Hallo Sammelfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute das Starter Pack der internationalen Edition der Premier League Adrenalin XL 2025 Karts von Panini anschauen wollen. Internationale Edition bedeutet in dem Fall außerhalb der britischen Inseln. Das ist also der Starter Pack, was man im restlichen Europa und auch hier in Deutschland bekommt und wir haben uns den äußeren Unterschied ja schon im Video mit dem britischen Starter Pack angeschaut. Dieses internationale im Gegensatz dazu mit einer blickdichten Verpackung versehen, so dass man noch nicht reingucken kann was drin ist. Das ist aber auf der anderen Seite auch relativ eindeutig außen auf der Verpackung beschrieben. Wir sehen es, wenn wir mal so ein bisschen drüber gucken. Drinnen ist nämlich eine Golden Baller Karte und eine Limited Edition Karte. Dazu gibt es eine Online Coin Card für alle, die das ganze auch online spielen wollen. Und wenn ich euch das ganze mal ein bisschen hoch schiebe, dann seht ihr auch hier sind drei Päckchen drin. Eine Sammelmappe und ein Game Board sowie ein Game Guide mit Erklärung zu den Karten und zum Spiel. Wir drehen das ganze mal um, finden hinten das ganze in ähnlicher Form auch noch mal beschrieben. Wir haben hier schon eine Vorschau auf Sammelmappe und Sammlermagazin und sehen, dass Panini hier bei der internationalen Edition keinen Preis auf die Verpackung gedruckt hat. Den kann ich euch aber sagen, das ganze gibt zum Preis von 9,99 Euro. Zumindest wenn man es bei Panini im Onlineshop bestellt. Falls ihr euch auch mit der Kollektion ausstatten wollt, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen und dann auch vielleicht 1 Bundle Angebote nutzen. Denn damit lässt sich immer noch ein bisschen was im Vergleich zum Einzelkauf der Produkte einsparen. Ein bisschen Abstrichen muss man leider bei der Produktvielfalt in diesem Jahr im Panini Onlineshop machen. Denn da gibt es aktuell nur diese Starterpack und die Displayboxen. Alles andere wird man sich dann vermutlich bei Händlern besorgen müssen. Da Panini selbst im eigenen Onlineshop wohl nicht mehr als diese beiden Produkte anbieten wird. So, dann schauen wir mal, was wir alles drin haben. Wir haben eine Limited Edition Card, Golden Baller Karte und dann drei Booster Päckchen aus dieser Kollektion. Und der entscheidende Unterschied, wir haben hier nur 6 Karten drin im Vergleich zum Starterpack der britischen Edition mit 8 Karten pro Booster Päckchen. So, dann wollen wir mal einen Blick auf unseren Game Guide und das Gameboard werfen. Das ist ähnlich aufgebaut wie beim britischen Starterpack, was wir uns schon angeschaut haben. Auf der linken Seite die ganzen Kartentypen erklärt. Die Spielregeln kann man dann mit Scannen dieses QR Codes abrufen. Die gibt es also nicht mehr in gedruckter Form. Ähnlich wie die Limited Edition Cards. Auch hierfür stellt Panini die entsprechende Liste online bereit. Die dürfte sich dann ein bisschen von der unterscheiden, die man angezeigt bekommt, wenn man den QR Code im britischen Starterpack scannt. Denn gerade die exklusiv in den Zeitschriften enthaltenen Limited Edition Cards, die werden hier wahrscheinlich nicht mit aufgeführt sein. Dann haben wir den Hinweis auf die Parallel Cards in dieser Kollektion. Das beschränkt sich hier auf die Invincible und die Crystal Quest Karten. Die Parallels zur Limited Edition von Bokaiyo Saka aus dem Kickoff Pack hier nicht mit aufgeführt, da dieses auch nur in Großbritannien zu erwerben ist. Und hier unten der Hinweis, dass man das Ganze mit den in den Packs enthaltenen Codes auch online spielen kann. So, ich habe bei dem britischen Starterpack euch vergessen, dieses Gameboard mal in einer Ausführlichkeit zu zeigen. Das holen wir jetzt nach. So viel gibt es aber auch nicht zu entdecken. Und auf der Rückseite haben wir dann hier eine Übersicht über die Produkte, die ein bisschen kleiner ausfällt. Denn international bietet Panini nicht ganz so viele Produkte an wie in Großbritannien. Das beschränkt sich auf der Starterpack, das wir uns heute anschauen. Multiset gibt es auch. Das fällt allerdings deutlich kleiner aus, als dass in Großbritannien ältliche hier nur 24 Karten drin plus Limited Edition und Online Coin Card. In dem in Großbritannien ältlichen sind ja 56 Karten drin. Den Countdown Kalender wird es auch international geben. Inwieweit der es dann in den deutschen Handel schafft, muss man mal abwarten. Und auch international erhältlich die Pocket und Classic Tins. Auch die mit deutlich abweichender Bestückung. Die Pocket Tins mit gerade mal 24 Karten plus Limited Edition und der Chance auf eine Excellence Limited Edition Card. Da sind in Großbritannien 40 Karten drin. Also das ist dann schon eine deutliche Abweichung. Während die Classic Tins international sogar vier Karten mehr enthalten. Und bei der restlichen Bestückung dann aber identisch sind. Mit der zusätzlichen Golden Baller. Den zwei Limited Edition Cards. Von denen eine die History Maker Karte von Sergio Aguero ist. Auch hier finden wir den Hinweis auf das Star Signings Booster Set und die Premier League Plus Kollektion. Die im Frühjahr dann nochmal erscheinen wird. Und ich habe es im anderen Video ja schon mal erwähnt. Das werden dann die vorerst letzten Premier League Adrenalin XL Karten sein. Da die Lizenz nächste Saison wieder zurück zu Tops wandert. So, das ist also dieser insgesamt recht übersichtliche Game Guide. Den man auf die Rückseite des Game Boards gedruckt hat. Auf ein extra Sammlermagazin hat man in diesem Jahr verzichtet. Den packen wir mal in unsere Sammelmappe. Bei der man aus meiner Sicht erfreulicherweise die Nummern hier noch nicht aufgeklebt hat. Sondern beigelegt hat. Kann man sich dann hier entsprechend rausholen. Wenn man es dann richtig gegriffen kriegt. Und dann kann man das hier ablösen. Wenn man möchte. Und sich die Seitenzahlen aufkleben. Ich finde es immer besser, wenn man die Entscheidung den Kunden überlässt und das Ganze nicht schon vorab in diese Sammelmappe klebt. So, dass alle, die nicht mit diesen Zahlen arbeiten wollen, die dann wieder mühsam rausreißen müssen. So, das ist also unsere Mappe. Jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen. Nämlich den Karten. Wir beginnen mit dieser Online Coin Card. Und den 650 Coins, die sich jetzt jemand sichern kann, der das Online-Spiel spielt. Und dann gehen wir mal über zu unserem ersten Booster-Päckchen. Und für alle, die das vielleicht mal vergleichen wollen, hier die Pack-Ords für die Version mit sechs Karten. Wenn ihr euch damit noch ein bisschen intensiver beschäftigen wollt, all das findet ihr auf der Collectors Webseite. Und da stehen auch die Unterschiede, gerade bei den Pack-Ords, zwischen der Version mit sechs und mit acht Karten. So, dann schauen wir mal, wen wir als erstes aus unseren Pack-Sziehen. Der erste wehrt sich gleich ein bisschen. Und unsere allererste Karte aus der internationalen Version ist James Justin, vom Aufsteiger aus Leicester City. Das sind also die Bakes-Karten aus dieser Kollektion. Wer sie noch nicht gesehen hat, dann haben wir eben Ferguson von Brighton. Unsere erste Special-Karte ist eine Defensive Hero-Karte mit Max Kilman von Wolverhampton. Und dann haben wir als nächstes eine Super-Stopper-Karte mit Mud Sells von Nottingham Forest. Und ihr seht schon, wenn man diese Karten ein bisschen im Licht bewegt, dann greift der Holo-Effekt im Hintergrund und lässt sie richtig schön aufleuchten. Gilt eigentlich fast für alle Karten aus dieser Kollektion. So, dann haben wir einen Free Digital Code. Bedient euch da gerne, wenn ihr online spielen wollt. Und Rest hier Base-Karten. Lukas Paketa und André Onana von Manchester United. So, wir schnappen uns direkt das nächste Päckchen. Und finden Aaron Hickey von Brantford. Dann haben wir Callum Hudson-Doy, Nottingham Forest, Oli Watkins, Ersten Villa, Mason Mount auf dieser wunderbaren Eiskarte. Richtig toller Hintergrund-Effekt. Gepaart mit diesem hellblau. Gefallen mir richtig gut die Eiskarten in diesem Jahr. Dann der Online-Code und unsere Restchen Karten. Pascal Groß hier noch bei Brighton, Louis Dobbin. Und das war es dann auch schon für dieses Päckchen. Ja, das ist ein bisschen der Nachteil vom frühen Erscheinungstermin. Erscheinungstermin dieser Premier League-Karten. Das natürlich die komplette Wechselfrist erst im Anschluss erfolgt. Das versucht Panini ja dann mit diesem Star-Signings-Update-Set ein bisschen zu korrigieren. Dann eine richtig tolle Sache, die ich persönlich richtig feiere. Stadien in der Kollektion hatten wir lange nicht mehr. Hier das King Power Stadium von Leicester City. Dann die Adrenalin-Rush-Karte von Dwight McNeil. Auch die mit einem richtig klasse Hintergrund. So, dann haben wir wieder den Digitalkode. Und unsere Restchen-Base-Karten. Cameron Burgess von Ipswich Town. Mo Salah von Liverpool. Yves Bissuma Tottenham und Wataru Endo ebenfalls Liverpool. So, bleiben noch unsere zwei Zusatz-Päckchen. Das mit der Golden Baller-Karte. Ich bin mal gespannt, wen wir aus unserem Pack ziehen. Ist es wieder Phil Foden? Oder finden wir diesmal eine andere Golden Baller-Karte? So, da haben wir sie mit dieser wunderschönen Rückseite der Jahreszahl der Kollektion und dem Premier League-Löwen. Und wir haben erneut Phil Foden eine von zwei möglichen Golden Baller-Karten, die man aus diesem Starter-Pack ziehen kann. Die andere ist Cold Palmer von Chelsea, aber grundsätzlich sollte man alle Golden Baller auch in den anderen Produkten dieser Kollektion finden. Nur bei diesem Starter-Pack hat Panini das beschränkt. Vermutlich, um dem so ein bisschen Einhalt zu gebieten, dass manche versuchen, sich rein über die Starter-Packs mit Golden Baller-Karts auszustatten. So, dann haben wir noch die Limited Edition-Karte mit Shorkser auf eine Signature Limited Edition. Wir schauen mal rein. Und wir haben eine Standard Limited Edition-Karte von Sam Johnson von Crystal Palace. Das also die Karten aus unserem Starter-Pack, von denen aus meiner Sicht vor allem diese tolle Ice-Karte mit Mason Mount zu überzeugen weiß. Und ich denke, die Besonderheit dieser tollen Golden Baller-Karte von Phil Foden müssen wir nicht nochmal extra herausheben. Das konnte man ja eben im Video schon richtig gut sehen. Ja, bleibt noch festzustellen, dass die Special-Karts offenbar bei den 6-Karte-Päckchen nicht mehr ganz so häufig in den Packs sind, wie noch in der Vergangenheit. Da hat Panini wohl ein bisschen reduziert, denn früher hatte man ja eigentlich fast immer zwei Special-Karten in den Päckchen. Bei diesen drei hatten wir zweimal nur eine. Ist jetzt die Frage, ob wir es ein bisschen Unglück getroffen haben oder ob Panini da, wie gesagt, generell reduziert hat. Das wird sich dann sicherlich herausstellen, wenn wir eine ganze Displaybox öffnen. Aber letztendlich vielleicht ist das auch nicht das Verkehrteste, denn teilweise hatte man in früheren Kollektionen diese Special-Karten massenweise doppelt, während einem noch reichlich Base-Karten gefehlt haben. Da das Verhältnis in diesem Jahr vielleicht dadurch sogar ein bisschen ausgewogener, wird sich aber denke ich erst herausstellen, wenn wir ein bisschen mehr von dieser Kollektion geöffnet haben. Das könnt ihr dann auf jeden Fall in den nächsten Videos auf diesem Kanal miterleben. Für dieses würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nochmal aufs Däumchen nach oben drückt und ein Like da lasst. Und wenn ihr die künftigen nicht verpassen wollt, dann schnappt euch jetzt noch eins der kostenlosen Kanal-Abos. Abschließend freue ich mich natürlich noch über euren Eindruck zu den gezogenen Cards und zur Kollektion im Allgemeinen. Den packt gerne unten ins Kommentarfeld. Und falls ihr Fragen zu dieser Kollektion habt, könnt ihr die da natürlich auch jederzeit reinpacken. Mehr Details zu den Produkten und die komplette Checkliste findet ihr, wie gesagt, im Artikel auf der Kollektos-Webseite. Da lohnt es sich auch immer mal vorbeizuschauen, gerade wenn man die Wartezeit bis zum nächsten Kollektos-Video überbrücken will, zu dem wir uns dann hoffentlich wiedersehen. Bis dann, macht's gut, tschüss!